Glückwunsch an meinen Verein und an meinen Spieler zu einem guten und verdienten Sieg. Natürlich wissen wir, dass das heute nicht das echte Bologna war. Wir kennen Ethan Hebb, Stefano Mancinelli und Rishon Fletcher. Vollständig sind sie eine ganz andere Mannschaft. Aber für uns war es wichtig, nach einem schwachen Spiel im Pokal am vergangenen Sonntag zurückzukommen. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir 40 Minuten lang Gas gegeben haben, denn insgesamt müssen wir als Team weiter wachsen. Deswegen mussten wir über das ganze Spiel mit einer bestimmten Intensität spielen. Ich denke, das haben wir gut gemacht, können uns aber natürlich noch weiter verbessern. Wir sind mit der richtigen Energie aus der Kabine gekommen. Wir wussten natürlich, dass Bologna einige Schlüsselspieler gefehlt haben, aber am Ende des Tages muss man selbst erst einmal die richtige Energie zeigen. Und das haben wir gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir uns diesen Auswärtssieg geholt haben. In einer Vierergruppe finde ich das extrem wichtig. Ich wünsche allen verletzten oder erkrankten Spielern von Bologna nur das Beste und dass sie schnell zurückkommen. Ich hoffe, alle hier bleiben gesund. Everybody here, stay safe in their mouth. One. Offensive rebound is not pulled down, though. Instead, it comes away in the hands of Dominic Lockhart. Hunt. Quick ball movement. Lockhart's wide open for the long three. And it's string music for Lockhart. The drive inside. Little skip. But a rejection by Fela. He has been absolutely everywhere this evening. Oh, and a smart move from Bamber. Great team transition offense.